Wir versuchen jetzt den Nenner rational zu machen. Würde man jetzt hier einfach mit Wurzel 2 Zähle und Nenner erweitern, so würde das nicht viel bringen. Ich muss ja immer alles mit diesem Wurzel 2 multiplizieren und dann habe ich hier Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist 2, aber Wurzel 2 mal 1 ist wieder Wurzel 2. Dann habe ich schon wieder die Wurzel unten im Nenner. Also diese Methode funktioniert nicht, ich brauche einen Trick. Der Trick ist hier, der Trick mit dem dritten Binom. Ich erweitere, das dritte Binom lautet a plus b mal a minus b ist a Quadrat minus b Quadrat. Also ich habe hier ein a plus b und ich brauche ein a minus b. Das heißt, ich erweitere mit Wurzel 2 minus 1 im Zähler und im Nenner und in der Klammer. Und dann ist es erlaubt. Weiter geht's. Jetzt nach dem dritten Binom, wenn ich da a plus b mal a minus stehen habe, habe ich hier a Quadrat minus b Quadrat. a ist ja Wurzel 2 und b ist 1. Damit ist a Quadrat gleich 2 und b ist 1 Quadrat, also 1. Im Zähler steht jetzt eher zufällig Wurzel aus 2 minus 1 zum Quadrat. Der Nenner wird so 1 und im Zähler habe ich Wurzel aus 2 minus 1 Quadrat. Ich könnte es jetzt hier so stehen lassen als Wurzel aus 2 minus 1 zum Quadrat. Ich könnte auch noch das zweite Binom anwenden. Ich habe hier a minus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Also a ist Wurzel 2. Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist 2. Minus 2 mal Wurzel 2 mal 1 plus 1. Das würde 3 minus 2 Wurzel 2 geben. Finde ich jetzt auch nicht hübscher wie das da vorne, aber damit hätten wir auf alle Fälle den Nenner rational gemacht.